Musik Willkommen in Hinrichshagen. Der lange Weg zum alten Gutshaus verrät es schon. Hier haben Sie ein ganz besonderes Ferienerlebnis. Zwischen der mecklenburgischen Seenplatte und der mecklenburgischen Schweiz gelegen finden Sie in der großen Ferienwohnung alles, was Sie zum schönen Wohnen brauchen. Darüber hinaus aber vor allem eines. Abgeschiedenheit. Musik Von Hinrichshagen aus können Sie wandern, Radfahrten, Radfahrten. Oder viele Angebote auf dem Wasser nutzen. Oder Sie nutzen den riesigen Garten, der komplett von weitläufigem Gelände umgeben ist. Musik Ob Grillparty oder einfach die völlige Ruhe genießen. Alles ist möglich, aber wann kommen Sie? Musik 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 Musik